Ich denke eigentlich fast im Gegenteil, das Zeithalter des Automobils wird spannender, diverser und ist völlig im Umbruch. Das hat unserer Meinung nach, wenn ich uns sage, dann ist es auch Firmenmeinung, es wird komplexer. Die Technologie wird komplexer, also es wird nicht jetzt nur noch den Verbrenner geben und auch unserer Meinung nach nicht nur noch den Elektromotor und nicht alle Leute werden ihr eigenes Auto besitzen. Es gibt dann die Säule Mobilität, Transport und immer noch auch die Säule Autofahren als Lebhaberei. Aber das Ganze verändert sich halt relativ dynamisch und das ergibt natürlich wahnsinnige Chancen und deshalb haben wir eine neue Firma aufgemacht.